Ist es unmöglich, die Größe dieses Winkels herauszufinden? Da das Ganze eine Skizze ist, bringt Messen in dem Fall nichts. Wir wissen aber, dass in einem Dreieck alle Winkel zusammen 180 Grad groß sind. Wir können also in dem Dreieck ABC den Winkel am Punkt C herausfinden, indem wir von 180 Grad die 45 Grad am Punkt A und die 40 Grad am Punkt B abziehen. Der Winkel am Punkt C muss also 95 Grad groß sein. Die Größe des Winkels daneben können wir auch herausfinden. Zusammen mit dem Winkel am Punkt C muss der nämlich 180 Grad groß sein, denn das Ganze ist ja genau die halbe Drehung bzw. ein gestreckter Winkel. Ziehen wir von den 180 Grad die 95 Grad ab, bleiben für diesen Winkel 85 Grad. Auf die gleiche Weise ist auch der Winkel auf der anderen Seite 85 Grad groß. Den Winkel, den ich hier einzeichne, können wir über das kleine Dreieck oben links herausfinden. Auch in diesem Dreieck müssen alle Winkel zusammen 180 Grad groß sein. Ziehen wir von diesen 180 Grad die 85 Grad und die 25 Grad ab, erhalten wir 70 Grad. Genauso können wir das für den Winkel in dem Dreieck oben rechts machen. Alle drei müssen zusammen 180 Grad groß sein. Von diesen 180 Grad ziehen wir die 85 Grad und die 30 Grad ab. Damit ist der gesuchte Winkel 65 Grad groß. Der Winkel neben den 70 Grad muss mit den 70 Grad wieder 180 Grad ergeben. Es bleiben also 110, denn 110 plus 70 sind 180. Genauso für den Winkel neben den 65 Grad. 65 Grad plus 115 Grad ergibt 180 Grad. In dem drachenförmigen Viereck in der Mitte haben wir jetzt alle Winkel gegeben, außer unseren gesuchten. In jedem Viereck sind alle Winkel zusammen 360 Grad groß. Von diesen 360 Grad ziehen wir jetzt die 110 Grad, die 95 Grad und die 115 Grad ab. Für den gesuchten Winkel bleiben also 40 Grad. Aber Sie sind überall schon für den Garten, die belongsacey von Fraktumgebot. い